Herzlich Willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer ZockAndy. Wir spielen heute The Witcher 3. So Leute, ich muss leider sagen, ich habe einen Fehler bei der Aufnahme gemacht. Ich habe aus Versehen irgendwie das versemmelt. Er hat es nicht aufgenommen. Also leider diese Folge und ohne Kommentare. Es tut mir wirklich leid, aber das Video ist toll geworden. Es ist ein guter Part. Schaut es euch an. Wir hören uns dann im nächsten Part. Ich bin Stanek. Noch Fragen? Rein mit dir. Nicht rumwandern. Geradewegs zu Igor. Sofort. Nein, zu gut. Dann runter, dann links. Na los. Mach dich bereit. Hast du ein Problem? Ich bin bereit. Äh, kriegen die Verlierer auch was? Was? Ähm, die kriegen eine Fahrt zum Friedhof. Du bist zwar grimmig, aber in deinen Augen sehe ich Anstand. Oh, du sinnst an die Abmachung, hoffe ich. Hab sein Schwert mit einem rostigen vertauscht. Du musst einen Augenblick durchhalten. Mach ich. Und dann weide ich den Arsch wie gar nicht. Der ist garantiert eine Ratte. Da ist dein Geld. Ist das alles? Wir hatten mehr vereinbart. Nimm's, solange ich jetzt die andere. Ah, Navigat wird beschützt. Und ist trotz... Töten! 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 Seht, wie ihr köptet. Töten! Töten! Ja. Ja. Töten! 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 Ja, ich bin ein Eigentümer wegen Götze. Aber das ist auf dem Rücken, trägt man ein Schüttel und ein Schüttel. Gibt es denn was außergewöhnliches? Töten! 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 Hm? Hm? Nimm dich vor den Wachen in Acht. Töten! Töten! Hat das Petersilie genommen? Irgendwas an dir stinkt, Herr? Ich brauche Arbeit. Was kannst du denn? Mit dem Schwert umgehen. Ich könnte als Leibwache arbeiten. Und wen hier würdest du bewachen? Töten! Töten! Hurensohn Junior hat sich zahlreiche Feinde gemacht. So viel ist klar. Vielleicht kann ich nützlich sein. Töten! Junior kann auf sich aufpassen. Um den muss man keine Angst haben. Aber ich frage mich, woher du weißt, dass der Laden ihm gehört. Das habe ich aufgeschnappt. Mehr nicht. Ich rate dir, vergiss lieber, dass du von Junior gehört hast. Ist gesünder. Ich bin nicht ein Tagelöhner. Ich nehme keine Befehle von dir entgegen. Und auch keine Ratschläge. Töten! Töten! Du bist nicht mein Tagelöhner, das stimmt. Aber sehr dreist. Du musst leider sterben. Tötet ihn. Töten! Töten! Stirb, Schwachkopf! Preist euch zusammen, Jungs! Knie! Fynn, Schwachkopf! Spann, Schwachkopf! Tut! Ich sollte dieses Loch durchsuchen. Ich sollte dieses Loch durchsuchen. Ich werde dich abschlachten. Schlechte Idee. Ich werde dich abschlachten wie ein Hund. Ich werde dich abschalten. 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 Wache, zu mir! 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 Schreibt einen Kommentar! Ich würde mich wirklich drüber freuen! Bis zum nächsten Mal! Euer Zocker Andi! Tschüss! Wache, zu mir! Wache, zu mir! Wache, zu mir! Wache, zu mir!